Diese 5 Schritte würde ich auf jeden Fall umsetzen, wenn du eine Kinderwunschbehandlung planst. Denn denk dran, beim Schwangerwerden hilft dir eine Kinderwunschklinik, schwanger bleiben muss dein Körper aus eigener Kraft. Vor allem, wenn du denkst, ich möchte auch selber was dazu beitragen und jetzt nicht nur warten, was die Klinik mir sagt, was ich machen soll, sondern ich will auch selber diesen Behandlungserfolg auch unterstützen, dann solltest du dir die 5 Punkte mal anhören. Ich bin die Melissa, ich freue mich wahnsinnig, dass du in diesem Video dabei bist. Ich bin Kinderwunschcoach und begleite Paaren auch in der Vorbereitung auf Kinderwunschbehandlung, wenn zum Beispiel organische Ursachen vorliegen, warum ein Paar auf natürlichem Weg nicht schwanger werden kann. Und damit fangen wir auch eine gewisse Weile vorher an, um da einfach so den größtmöglichen Output zu haben. Was für ein Zeitraum das ist, das erwähne ich nachher nochmal. Ich finde jedenfalls, dass Vorbereitung super, super wichtig ist und aus diesem Grund würde ich die folgenden Schritte auf jeden Fall umsetzen. Das Erste ist, dass du dir mal ein individuelles Blutbild holst und dann auch wirklich mal schaust, welche Nährstoffe oder welche Werte sind besonders wichtig, auch für eine Schwangerschaft. Denn wir haben zum Beispiel einen Eisenspeicher. Man nennt diesen Blutwert Firitin und der sollte in der Schwangerschaft wirklich gut aufgefüllt sein. Dein Körper braucht unglaublich viel Eisen für deine Schilddrüse, die für den Schwangerschaftserhalt verantwortlich ist. Das Baby braucht das. Das heißt, das sollte vorher aufgefüllt sein und das findest du nur über einen individuellen Blutwertcheck raus, weil in den klassischen kleinen oder großen Blutbildern das Firitin in der Regel nicht mit dabei ist. Und achte bitte auch drauf, diese Grenzwerte gelten nicht für Schwangere, die da draufstehen. Ich habe wirklich erschreckende Zielbereiche, Referenzbereiche gesehen auf den aktuellen Blutbildern. Da soll irgendwie schon ein Wert von 10 Nanogramm pro Milliliter in Ordnung sein. Ist es nicht für die Schwangerschaft. Damit würdest du quasi sehenden Auges in einer Eisenmangelanämie starten in der Schwangerschaft. Das möchtest du bestimmt nicht. Das heißt, orientiere dich an etwas höheren Werten, eher am oberen Drittel der Zielbereiche und schau, dass das alles gut aufgefüllt ist. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich eine Nährstoffanalyse. Wir brauchen Nährstoffe. Deine Eizelle braucht Nährstoffe. Deine Gebärmutterschleimhaut, um sich aufzubauen, braucht Nährstoffe. Das Baby, was entsteht, braucht Nährstoffe. All das, und zwar eine Menge Nährstoffe. Und du auch als Mama. Und auch während der Behandlung. Das kostet echt Körner. Das kostet richtig viel Energie. Das heißt, unsere Nährstoffe sind Baustoffe für unsere Zellen, für unsere Hormone und geben uns auch Energie. Und so eine individuelle Nährstoffanalyse ist einfach dafür da, um potenzielle Nährstoffmängel aufzudecken. Das kannst du übers Blut machen. Auch hier kann man Nährstoffe checken. Ich nutze dafür die H-Mineralanalyse zusätzlich noch, um einfach zu schauen, okay, welche Supplements und Nahrungsergänzungsmittel wären jetzt auch vor einer Behandlung sinnvoll und auch während einer Behandlung und dann hinterher in der Schwangerschaft. Links findest du immer zu dem, was ich erwähne und was ich selber nutze, unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne mal rein. Ich habe eben erwähnt, ich sage auch noch was zum Zeitraum, wann würde ich mit diesen ganzen Dingen beginnen. Es macht Sinn, drei Monate vor einer Behandlung mit diesen Maßnahmen zu beginnen. Sowohl das Blutbild als auch die Nährstoffanalyse, weil du solltest drei Monate vorher mit dem Auffüllen von Nährstoffmängeln anfangen. Das ist wirklich Minimum bei Nährstoffmängeln, weil dein Körper natürlich auch eine Zeit braucht, um das anzureichern. Eisen ist nicht von heute auf morgen da. Auch die anderen Werte müssen aufgefüllt werden. Jod zum Beispiel. Im Großteil des Jods, über 70 Prozent, gehen in der Schwangerschaft ans Kind. 90 Prozent in der Stillzeit und wir gehen ja davon aus, dass die Behandlung klappt. Deswegen denken wir ja auch immer an die Schwangerschaft. Jod braucht zum Beispiel über sechs Monate, um den Mangel aufzufüllen. Also bitte rechtzeitig anfangen und entsprechend die Auswahl und die Menge und so weiter auch darauf abstimmen, wie es aktuell ist. Und dann auch dann kurz vor der Behandlung nochmal einen Retest machen, um zu sehen, okay, habe ich die Mangel jetzt aufgefüllt und wie viel ist denn davon jetzt dazu gekommen und wie viel davon ist da. Der vierte Punkt, den ich umsetzen würde, wäre, Darm und Leber zu entlasten. Du hast ja während einer Kinderwunschbehandlung immer den Einsatz von künstlichen Hormonen, Medikamenten, entweder zum Unterdrücken oder Stimulieren von deinen eigenen Hormonen im Zyklus. Das heißt, deine Leber und dein Darm, die haben echt eine Riesenmenge damit zu tun, diese Medikamente zu verstoffwechseln. Und denk dran, die Leber ist auch für die Hormonverstoffwechselung verantwortlich, für die Hormone, die du brauchst, damit deine Schwangerschaft hält. Das heißt, das ist ganz, ganz besonders wichtig. Bitte nimm dir diesen Punkt zu Herzen. Maßnahmen, die du umsetzen kannst, sind zum Beispiel eine schonende Zubereitung, von Lebensmitteln, dass du also viel kochst und gast, dass du eine vielfältige Nährstoffauswahl, also Lebensmittelauswahl hast, dass du bestmögliche Lebensmittel, für dich bestmögliche Lebensmittelqualität einkaufst, dass du ausgewogen ist, dass du besonders nährstoffreiche Lebensmittel zu dir nimmst und ebenso wenig Allergene wie möglich. Alles, was nicht in den Körper reingeht, was verstoffwechselt werden muss, muss auch nicht angiftet werden, also an Sachen wie Zucker oder Gluten oder andere Sachen. Alkohol würde ich auch darauf verzichten, natürlich drei Monate vorher, Minimum. Solche Sachen, das sollte alles beachtet werden, weil Darm und Leber einfach so eine riesen, riesen Rolle spielen. Und der fünfte Punkt, der ist echt nicht zu unterschätzen. Ich habe den mal emotionale Stärke genannt, weil erfahrungsgemäß, ich habe so viele Frauen und Paare, die erfahrungsmäßig schon länger im Kinderwunsch sind, in meinen Coachings, die auch schon in Kinderwunschbehandlungen waren. Und es gibt eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die immer zutreffen sollte, wenn ich in eine solche Behandlung gehe. Und das ist, dass ich wirklich mit vollem Commitment dahinter stehe. Das muss sich für euch als Paar absolut richtig und logisch anfühlen, dass das der nächste Schritt ist. Denn habe ich nur einen Hauch von Unsicherheit, zeigt sich das meistens während der Behandlung, vor allem in den emotionalen Themen. Und sowas ist eine Herausforderung. Ihr seid sehr, also dieses Thema wird sehr dominant sein während einer Kinderwunschbehandlung. Ihr seid schließlich terminiert. Ihr fahrt mehrmals zu festen Daten in die Kinderwunschklinik. Ihr nehmt Medikamente zu bestimmten Zeitpunkten. Ihr wisst ganz genau, wann der Transfer ist, also wann theoretisch die Befruchtung stattfindet und wann auch dieser Test möglich ist, ein Schwangerschaftstest. Das heißt, ihr werdet da immer so mit roten Pfeilen und einem Highlighter darauf hingewiesen, Achtung, jetzt seid ihr ja in einer aktiven Kinderwunschbehandlung. Es könnte auch geklappt haben. Und das ist eine emotionale Herausforderung. Ich finde, man sollte sich einfach vorher darüber im Klaren sein und sich auch fragen, okay, was hilft mir? Wie kann ich auch entspannen in dieser Zeit? Was bestärkt mich? Wie können wir uns als Paar gegenseitig bestärken in dieser Zeit? Welche Hilfe von außen kann ich vielleicht auch in Anspruch nehmen, um diese Unterstützung zu erhalten, die mir helfen kann während dieser Zeit? Ja, das erfordert, so eine Kinderwunschbehandlung erfordert Geduld, emotionale Stärke, Durchhaltevermögen. Und es ist eben ein emotionales Thema, der Kinderwunsch. Und ich finde, wenn man vorher schon so ein bisschen abwägt, okay, was kann ich da so tun, um diese emotionale Stärke auch wirklich beizubehalten und auch dieses Commitment, ist das schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich auch noch etwas von dem, was man vorher nicht so richtig weiß, was einem eigentlich auch keiner über Kinderwunschbehandlungen sagt. Deswegen habe ich es einfach mal gesagt in einem Video, wenn du dich jetzt also vorbereitest auf eine Kinderwunschbehandlung und sagst, okay, das eine oder andere ist mir noch nicht so ganz klar, schau dir unbedingt vorher dieses Video an, was dir hier angezeigt wird. In dem Video spreche ich nämlich darüber, was dir keiner über Kinderwunschbehandlungen bisher gesagt hat wahrscheinlich. Also viel Erfolg dabei und wenn du die Behandlung machst, drücke ich euch natürlich die Daumen.